Berlin ist definitiv eine Leichtathletik-Hochburg. In dieses Stadion reinzukommen, 50.000 Mann da stehen zu haben, die meinen Namen rufen. Brutal geil. Das Berliner Publikum ist echt das geilste Publikum überhaupt. Ich hatte die ganze Zeit nur Gänsehaut. Ich habe einfach das Publikum gesehen, die Atmosphäre war einfach unbeschreiblich. Das war schon als wir hier eingelaufen sind, habe ich schon Gänsehaut bekommen. Es ist so ein geiles Gefühl, das ist einmalig. Tausendmal krasser, als man sich das vorstellt. Immer wieder eine Ehre, da laufen zu dürfen. Die Stimmung hat mir so viel Spaß gemacht hier in der Renault. Danke Berlin. Also am 3. und 4. August im Berliner Olympiastadion die Deutsche Meisterschaft. Und wir freuen uns auf euch und hoffen, dass wir gemeinsam eine tolle Leichtathletik-Party feiern können. Kommt her, feiert zusammen mit uns ein geiles Leichtathletik-Fest. Kommt vorbei, es wird ein Riesending. Tickets gibt's auf leichtathletik.de